Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von SoTalk. Heute bei mir im Studio ist ein ganz hoher Gast. Es ist nämlich der Bischof des Bistums Basel. Damit ist er auch für unsere Region zuständig. Herzlich Willkommen, Bischof Felix Gemür. Guten Tag, Herr Gemür. Vielen Dank für den Besuch, schon in diesem Moment. Wenn ich sage Bischof, haben gewisse Leute eine Ahnung, was das bedeutet. Andere kennen das vielleicht als Titel, aber die wissen nicht, was es macht. Vielleicht könnte ich zu solchen Worten erklären, was sind die Aufgaben von so einem Bischof? Jetzt kann man von ganz hohen Seiten das angehen. Mich denke, das Wichtigste ist, dass ein Bischof beten soll, weil er in den Leuten nachbringen soll, dass Jesus Christus, Sohn Gottes ist, auferstanden ist. Das ist sozusagen der Kern. Und das ist der Kern von jedem Christ und jeder Christin. In dem sind wir alle gleich. Es gibt in der Antike, also vor 1700, 1800 Jahren, gibt es so einen Merksatz, wo einer gesagt hat, ich bin mit euch zusammen Christ, aber für euch bin ich Bischof. Und was ist denn das für euch? Bischdümer, die eigentlich Bischofsdümer sind, das ist ein Zusammenschluss von viele Pfarreien. Und die wirkt sozusagen in der Fläche, in der Fläche von einer Landschaft, von einer Gegend. Und die sollte der Bischof sicherstellen, bewerkstelligen, dass es genug Seelsorger, Seelsorgerinnen hat, dass man eben von dem Jesus erzählen kann. Und zusammen das Christentum leben. Also in dem Sinne, wir haben die Zweiteilung. Einerseits gleich wie jeden anderen Christ auch. Schön, das ist auch so ein christlicher Gedanke, denke ich. Und andererseits eben auch der quasi Administrativzweig. Die sind wie auf eine Art Organisator oder Verwalter von diesem Bistum. Und vielleicht könnte ich noch kurz sagen, das Bistum Basel, was gehört dort dazu? Bistum Basel in der langen Geschichte, das war in Basel, der Sitz, vielleicht vorher das Kaiser auch, das auch Gustav Raurica, das kennen doofen Leute. Und dann ist die Reformation gekommen, dann ist er vertrieben worden und war 300 Jahre zu Bruntdruck gewesen. Und seit 1828 hier die Solothurn. Und dann haben wir das mehrmals in der Geschichte neu organisiert. Und heute gehören zehn Kantone dazu. Die beiden Basel und Jura, die schon immer zum Beispiel um Basel gehört haben. Darum haben die im Kantonswappen auch den Baslerstab. Dann der Kanton Bern, Solothurn, Aargau, Luzern, Sog, Schaffhausen und Durgau. Das ist also ein sehr interessantes Gebilde, die vom Bodensee, praktisch von der Grenze Deutschland-Österreich, geht es bis auf Delver, die französische Stadt, neben Montcourt, im Jura. Und es geht vom Grimselpass bis auf Basel und Schaffhausen. Also wirklich ein grosses Gebiet. Man kann sich das eine Art wie ein Band durch einen nördlichen Teil der Schweiz vorstellen. Es ist auch das grösste Beistum in der Schweiz. Was heisst das für euren beruflichen Alltag? Wie kann man sich das vorstellen? Was macht ihr in einer durchschnittlichen Woche? Das fragen die Firmenge immer sehr gerne. Gibt es einen typischen Tag? Und einen typischen Tag gibt es nicht. Ausser, dass ich früh aufstehe und spät ins Bett gehe normalerweise. Und dass ich, wie jeder Priester und alle Ordensleute, gewisse Gebetszeiten haben. Und die strukturieren den Tag auch etwas. Und die erinnern einen daran, für was wir eigentlich da sind. Also ich bin nicht in erster Linie Manager. Ich bin nicht in erster Linie Verwalter. Ich bin nicht in erster Linie Personalchef. Sondern ich bin in erster Linie einer, der an Christus glaubt und probiert, so gut wie er das kann, wie wir alle, das zu leben, was ich glaube. Ich habe sehr viele Begegnungen. Ich treffe viele Leute. Ich habe relativ viele Konferenzen. Und für die Konferenzen und Sitzungen relativ viel Papier gelassen. Also manchmal viele, manchmal etwas weniger. Und dort kommen viele Sachen auch online. Und darum bin ich auch sehr viel unterwegs. Also ich bin sicher einen Tag in der Woche, wenn wir sitzen gegen den Solothurn, bin ich da. Und sonst, wenn nicht Pandemie ist, bin ich sehr, sehr viel unterwegs. Samstag, Sonntag sowieso immer in einer Pfarrei. Und ich feiere dort mit den Menschen vor Ort Gottesdienste. Mhm. Das heisst, ihr besucht eben auch die verschiedenen Pfarreien und seid mit den Leuten vor Ort. Seid ihr eigentlich dabei bei einem Gottesdienst, wenn ihr das so verstanden habt? Ja. Wenn der Bischof kommt, stehe er normalerweise in einem Gottesdienst vor. Wenn er schon da ist, wenn die Leute auch hören, was er zu sagen hat. Und manchmal gibt es auch Krisensitzungen. Und manchmal gibt es einfach Personalgespräche. Und die finden dann irgendwo statt. Mhm, klar. Das ist gut. Aber ich bin viel unterwegs, das muss ich sagen. Und das ist schön. Und ich muss sagen, es ist auch eine schöne Gegend. Und es ist interessant, weil es überall etwas anders ist. Mhm, klar. Jetzt, wenn man euch sieht, dann hat man vielleicht schon den Eindruck, die sind eher noch jung. Ähm, die sind knapp 50, rund 50. Ähm, sind aber schon vor 10 Jahren zum Bischof geweiht worden. Ähm, zwar mit 50. Das ist für meine Begriffe, oder ich glaube allgemein für die Begriffe, eher jung. Ähm, wir sagen auch, die hätten relativ schnell eine Karriere gemacht in der Kirche. Trotzdem, das kann man vielleicht von aussen sagen, das ist nicht, es ist trotzdem ein langer Weg eigentlich, bis man, also Bischof wird man nicht über Nacht. Ähm, das ist prägt, der Weg von, von einer klaren, ähm, Karriere. Man läuft dort gewisse Stufen, ähm, ist aber auch prägt von, äh, gewissen Entsaggungen, ähm, ähm, also weltlichen, wo, wo, wo sich vielleicht die Leute in der heutigen Gesellschaft jetzt nicht einfach so vorstellen können. Ähm, unter anderem sicher bekannt ist auch ein Zölibat. Also das heisst, die dürfen nicht heiraten, dürfen nicht mit einer Frau, eigentlich eine, darf keine Partnerin haben. Ähm, das, das, das wirkt für viele vielleicht auf den ersten Moment befremdend, oder könnte sich das nicht vorstellen. ist das, von euch aus gesehen, ist das noch zeitgemäss die Regeln, dass man das machen, oder nicht darf machen? Also, es gibt zwei Sachen, Bischof, das, das ist ja nicht eine Berufung, so zu sagen, dass man sagt, ah, ich will jetzt Bischof werden, sondern, was man, was man, was man möchte, und was, was jeder Bischof ist, ist Priester. Das heisst, ich habe gesagt, ah, ich will Priester werden, und zum Beispiel als Pfarrer. Mhm. Und, und dann ist das anders gekommen, weil ich bin dann bei der Bischofskonferenz gewesen, und vorher im Priesterseminar, in der Ausbildung, und dann wird man, im Bistum Basel, das ist etwas speziell, wird man dann gewählt, von 18 Leuten, die heissen Domherren. Also, das ist nicht etwas, wo man kandidiert, und darauf aspiriert, das kommt einfach. Mhm. Und zum Priester werden, gibt es gewisse, gewisse Regeln, und gewisse Normen, also man muss, ähm, man muss eine Zeit lang studieren, man muss gewisse Abschlüsse haben, ähm, und eine Regel ist, ähm, dass der Priester ein Zölibat einhält, das heisst, das muss man sagen, positiv, man ist ganz für die Leute da, und ganz für Gott da. Und man hat keine, also jetzt theoretisch, keine menschliche, ähm, ähm, man soll also ganz frei sein, und verfügbar sein. Das ist das Positive, was schwierig ist, für eine Menge Leute, die können sich das nicht vorstellen, und ich kann das nachvollziehen, und darum sage ich immer, das Zölibat ist, das passt gut zum Priestertum, aber es ist vielleicht nicht nötig. Mhm. Darum sollte man, finde ich, darüber diskutieren können und schauen, ob es auch andere Möglichkeiten gibt. Es gibt es ja schon in der Kirche, und es gibt es heute noch in der katholischen Kirche. Mhm. In den östlichen, in den östlichen Reiten zum Beispiel, ähm, wo ein Priester geheiratet ist, ein Pfarrer geheiratet ist. Das sind, denke ich, Sachen, wo einfach, ähm, da umeinander auch nicht so bekannt sind, oder? Man kennt das, das eine Wort, oder weniger, die Regeln eben vom Zölibat, und hat dann auch das Gefühl, ja, das ist überall so. Nein, es ist nicht überall so. Das ist, das ist klar, es ist auch nicht überall in der katholischen Kirche so. Aber es ist im grössten Teil der katholischen Kirche so. Dich hat es schon angesprochen, ähm, zum Priester werden gehört auch eine Ausbildung dazu. Ähm, die selber hat Theologie und Philosophie studiert und auch doktoriert auf beiden Fächern. Ähm, ist das die Voraussetzung, dass man Theologie studiert hat und dort doktoriert, oder wie sieht das genau aus? Was ist der Anforderungskatalog? Also, der klassische Weg ist, man studiert Philosophie und Theologie. Mhm. Ähm, sicher fünf Jahre. Mhm. Das ist der Normalweg. Und der ist überall auf der Welt mehr oder weniger normiert. Fünf Jahre, und dann hat man praktische Ausbildung. Und die praktische Ausbildung, die ist dann je nachdem, wo man auf der Welt ist, ein bisschen anders. Also, Philosophie gehört überall dazu und es ist jetzt sogar noch, in den letzten Jahren, wo vom Vatikan her gesagt wurde, tun das Inder ausbauen, statt abbauen. Das Philosophiestudium. Weil wir in einer komplexen Welt leben. Mhm. Also, ihr müsst ein bisschen up-to-date sein bei den Diskussionen, die unsere Welt prägen. Und was sind die Fragen von den Leuten? Ähm, und ich finde das sehr gut. Und was wirklich grossartig ist, es ist ganz breit. Also, es ist, Bibelwissenschaft ist ein Fach. Das geht ja auch ein Haufen richtiger Sprachwissenschaft, richtiger Literaturwissenschaft. Ähm, die Geschichte ist ein grosses Fach. Dann, es ist ein schwieriges Wort, Dogmatik heisst das, wo man überlegt, was bedeutet das jetzt? Ein bisschen systematisches Denken, manchmal auch ein bisschen theoretisch. Und da gibt es auch ganz so viele praktische Sachen. Also, wie ist das eigentlich mit dem sozialen Engagement? Wie ist das mit der Predigt? Wie sollte man mit den Leuten umgehen? Mhm. Wie ist das wirklich sehr breit? Mhm. Und das macht es auch so spannend und interessant. Natürlich, das glaube ich. Ähm, mir hat das spannend gedacht, dass das so, ähm, im Kombinat, wie muss studiert werden, Theologie und Philosophie, ähm, ganz plakativ, würde man vielleicht als erstes Eindruck haben, das könnte sich ja widersprechen. Philosophie ist mehr so der weltliche Zugang vielleicht zu Moralfragen, zu Gesellschaftsfragen und Theologie wird häufig auch eben nicht der weltliche, sondern der kirchliche Zugang angeschaut zu dem. Ähm, und dann gibt es noch das berühmte Zitat, das ist jetzt fast ein bisschen risserisch, gebe ich zu, vom Friedrich Nietzsche, der gefunden hat, Gott ist tot. Also, ähm, eigentlich, Gott an sich, kann es in dieser Gesellschaft gar nicht mehr geben, wo wir so, ähm, wissenschaftlich aufgeklärt sind und so philosophisch denken eben. Vielleicht könnte ich kurz Bezug nehmen, wo, wo sind die Widersprüche, oder wieso ist es eben gleich sinnvoll, dass man das kombiniert? Philosophie steht eigentlich am Anfang, es ist ein Stück der Grund, und dort lehrt man, oder sollte man lernen, ähm, man lehrt zu denken. Mit, 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 mit einer absoluten Freiheit, was, was wirklich grossartig ist. Aber, wir merken ja, wenn wir davon denken, dass man so frei vielleicht gar nicht ist, dass man einen, einen Haufen Vorurteile hat, bevor man ein Urteil, ähm, tut fällen. Und das ist der Vernunftzugang zu der Welt, zu einem religiösen Phänomen, ähm, zum Menschen auch, ähm, auch Naturwissenschaften, das gehört alles dazu. Und da gibt es auch den Glaubenszugang. Ähm, und das ist ein bisschen ein anderer, man hat sozusagen wie eine andere Brille, eine andere Optik. Mhm. Und die tun sich nicht ausschliessen, sondern die tun sich ergänzen. Und das ist wirklich ein bleibendes Verdienst, tunkt es mich vom Papst Benedikt, wo man manchmal in den Leuten ein bisschen abgehoben war, aber er hat gesagt, das gehört zusammen. Man sollte, also man kann nicht etwas glauben, das in der Vernunft widerspricht. Mhm. Das wäre absurd. Ich kann ja nicht mein Hirn ausschalten, wenn ich dann glaube. Ähm, und, und so gewissen Sachen das Hirn einschalten und den Glauben ausschalten. Wie das Räderwerk funktioniert, das tut man in beiden Abschnitten, Philosophie und Theologie, das tut man von verschiedenen Seiten ausloten und sich annähern. Und wir haben ja keine Welterklärung am Schluss. Ähm, sonst wären wir jetzt nicht da, wir zwei, wenn wir das hätten. Aber wir haben vielleicht Einsichten. Und am Schluss geht es, als Seelsorger geht es ja immer um den Menschen, den ich mit ihm zusammen bin, der vor mir ist, der eine Anlage, eine Frage, eine Freude zum Teilen. Genau, deswegen ein interessanter Punkt. Wie er schon gesagt hat, es ist ja nicht so, dass man da mit dem einen oder mit dem anderen oder mit beiden Zugängen würde irgendwann zu einem Schluss kommen, Sondern das sind laufende, natürlich Prozessüberlegungen. Und eben schlussendlich soll es darum gehen, Leute zu beraten, zu trösten, mit Leuten zu reden. Und ich denke, dort bedient man sich wie bei den Disziplinen. Sowohl das philosophische Gedankengut, die Vernunft, wie eben auch der Glauben Möglichkeiten bieten, diesen Leuten wirklich eine Hilfe zu sein. Ja, und ich würde sagen, es ist menschlich, das Kommunikative. Es ist ja nicht so, dass ich nichts lernen könnte von den Leuten. Es gibt, es gibt Leute, ich bin, wo ich zu passend war, bin ich noch viel in Spital. und ich bin viel Hausbesuche machen. Und von denen habe ich manchmal gedacht, da bin ich wieder raus, aus dieser Wohnung. Da denke ich, ich habe eigentlich jetzt mehr gelernt von dieser kranken Person, als ich ihnen geben konnte. Das ist ja nicht einfach, jemand gibt und jemand nicht. Das ist nicht eine Klientenbeziehung. Sondern es ist ein Austausch von Mensch zu Mensch über Glaubensfragen, über Lebensfragen, über Gott und die Welt, würde man sagen. Natürlich auch, vor allem dann, wenn das akut wird. Das heisst, wenn z.B. eine Trauerfalle ist, ein Todesfall. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich denke, viel ist das immer noch geprägt in der Vorstellung, dass es eben schon mehr in Richtung einen Weg geht. Dass der Pfarrer, der Priester oder der Bischof sowieso einem wie sagen kann, so und so ist es. Und wie kann von sich aus der Weisheit letztens den Schluss geben? Und man muss vielleicht gar nicht dasselbe viel dabei tragen, oder? Das gibt es natürlich auch. Es ist wichtig, in diesen Situationen die Leute z.B. zu befreien. Vor Ängsten oder vor Zwängen. Aber ich sage nicht in diesem Sinne, so und so ist es. Ich sage, ich glaube das und die Kirche glaubt das. Also z.B. zum Beispiel, dass eine Verstorbenige, dass er nachher bei Gott aufgehoben ist und das hat, wo wir den ewiges Leben, wo wir, wir tun das umschreiben mit dem Begriff ewiges Leben. Das ist, ich tue das einfach bezüglich, aber ich sage nicht, so ist es und sie müssen jetzt das glauben. aber es ist der Glauben von der Kirche. Es ist ja nicht einfach nur mein persönliches Glauben, sondern es ist einer, der von einer Menge Menschen geteilt wird und auch von einer Menge Menschen in der Geschichte. Das ist ja eine lange Geschichte. 2000 Jahre. Und die Leute früher waren ja nicht tümmer als wir heute und haben nicht absurde Sachen geglaubt. Nicht absurdere als wir heute manchmal. Trotzdem, eine gute Unterscheidung hat er auch gemacht, oder eine interessante Unterscheidung zwischen dem, was dir glaubt und dem, was die Kirche glaubt. Da würde ich gerne ansetzen und einen Punkt weitergehen quasi. Wir haben es schon von diesem gehabt im Zusammenhang mit dem Zölibat. Es gibt gewisse Themen, die dich nicht distanzieren vom Glauben der Kirche, die dir sagen, das sehe ich etwas anders. Ein Beispiel, das ich hier herausgreifen möchte, war, ich glaube, dieses Jahr. Hier hat der Vatikan gesagt, wir verbieten es, dass gleichgeschlechtliche Paare in der Kirche gesegnet werden. Also, dass das nicht ein Segen ausgesprochen wird für ihre Partnerschaft. Und die hat mich da geäussert und gesagt, ich habe hinter dem nichts. Ich sehe das etwas anders. Wir sehen hier ein Zitat. Bischof Felix Mür weiss das Vatikanische Segenverbot. Zurück. Vielleicht könnt ihr kurz kommentieren, wie das wirklich war und das auch zurecht drücken im Kontext. Also, ein Bischof und übrigens auch ein Priester, jede Seelsorgerin, jeder Seelsorger, er hat persönlich Glauben, klar. Aber der fällt ja nicht einfach vom Himmel, sondern es ist der Glauben der Kirche, die wir alle haben. und bei den protestantischen Kirchen ist es ja auch so. Das fällt nicht einfach vom Himmel. Wir haben ja wunderbare Vorfahren, die auch schon geglaubt haben und sich damit auseinandergesetzt haben. Und jetzt wird der Glauben von Zeit zu Zeit wieder festschreiben, was glauben wir eigentlich. Und Konzilien in den katholischen Kirchen oder auch bei den Orthodoxen legen das dann fest. das ist unser Glauben. Das heisst aber nicht, dass wir weiter darüber nachdenken, was glauben wir eigentlich. Und ist das wirklich das, was die Tod und die Verstehung von Jesus Christus und die ersten Christinnen und Christen uns hinterlassen wollten? Und wie ist es das in der heutigen Zeit, wo ja einiges anders ist? Gut, es gibt also immer ein Moment vom Weiterentwickeln. Es ist ein wenig wie mit der Schöpfung. Wir glauben, der Herrgott hat die Welt geschaffen, aber der hat uns ja nicht einfach einen Klotz hingestellt und gesagt, so, jetzt ist hier die Welt und schaut jetzt mal. Sondern die Schöpfung entwickelt sich immer wieder. Und so ist es auch mit dem Glauben, er entwickelt sich und es kommen neue Aspekte dazu und andere sind weniger wichtig. Und etwas, was heute wichtig ist, ist das Nachdenken über das Zusammenleben von Menschen. Wer lebt wie, unter welchen Bedingungen, mit wem zusammen und was ist gut und was ist vielleicht problematisch und wo müssen wir uns fragen. Und jetzt das Sägnungsverbot der Glaubenskongregation ist kommunikativ wirklich nicht gut gelaufen. Man kann nicht einfach ein grosses Papier in den Leuten vor die Nase setzen und acht- oder neunmal vom Plan Gottes reden, weil da kommt man nicht daraus, um was das geht. Und es werden auch verschiedene Sachen vermischt. Ehe für alle, Ehe zwischen gleich und gleichgeschlechtlichen Paaren, das ist ja nicht für alle, und Sägnung. Und das sind verschiedene Sachen. Und darum habe ich gesagt, das finde ich nicht gut. Das tut keine Fragen beantworten, die noch viele Leute haben. Und dann müssen wir besser unterscheiden, was ja ein Anlieger ist von dem Papst. Wir müssen viel besser unterscheiden. Und vor allem mit den Leuten, die betroffen sind, die, die etwas wünschen oder nicht wünschen oder sich ärgern, mit denen im Austausch sind und sagen, was möchten sie genau, was erwarten sie? Was erwarten sie auch von Gott? Was erwarten sie von einem Sägen? Ja. Und da sind wir wieder bei den Leuten, weil das sind ja Leute, die explizit gleich zu euch kommen oder in die Kirche kommen und eben auch, egal wie sie leben oder trotz, dass sie auf eine gewisse Art leben, eben auch gewisse Erwartungen haben. die Kirche. Ja. Und das kommen ja nicht alle. Ja, genau. Es kommen einfach die, die kommen. Das ist klar. Und wir sind ja, die Kirche ist ja für die Leute hier. Wir sind ja nicht für uns selber hier und drehen uns um euch selber. Sondern wir haben einen Auftrag, eine Mission für die Leute. Das ist ein Angebot. Mhm. So wie ich das verstehe, ist es ja auch aus dem heraus, dass man sagt, wir wollen für die Leute hier sein und zwar für die Leute, die jetzt leben und nicht vor 2000 Jahren. Auch wenn es dann schon Christen und Christinnen gab. Und entsprechend muss man vielleicht auch gewisse Sachen in Fokus stellen oder gewisse Sachen jetzt vielleicht nicht mehr so ganz stark gewichten. Das ist ja auch eine Entwicklungsgeschichte, die irgendwie mit der Gesellschaft mitgehen muss. Man kann ja nicht in der heutigen, modernen Gesellschaft leben und aber noch eine religiöse Auffassung haben wie vor 2000 Jahren. Liegt dort der Punkt? Der Akzent verlagert sich. Also ich würde jetzt sagen, manchmal werden gegen Homosexualität alttestamentliche Stellen beizogen. Leviticus zum Beispiel. Aber das Umfeld und der Kontext waren damals völlig anders. Das können wir nicht vergleichen mit heute. Dort ist eigentlich der Kontext immer eine Vergewaltigung. Es ist immer Gewalt, rohe Gewalt. Und es macht Gefälle. Und nicht Partnerschaft. Das heisst, man kann das nicht einfach so übernehmen und das jemandem vorsetzen und sagen, so ist es. Das hat eben mit dieser Schöpfung zu tun, die sich entwickelt. Das Umfeld entwickelt sich. Nur schon in meinem Leben, das jetzt noch nicht so lange ist. Ein bisschen mehr als 50 Jahre ist ja einiges anders als vor 30 Jahren. Als ich in der Schule bin, hätte noch kein Menschen ein Anteil gegeben, weil das hätte es gar nicht gegeben. Social Media hätte das alles gar nicht gegeben. Und die Welt ist eine völlig andere, natürlich. Und darum sind auch die Fragen anders. Und das heisst nicht, dass alles, was neu ist, wenn wir sagen, ja super, jetzt machen wir das so. Sondern das Wichtige ist, dass man eben, dass man probiert, zu schauen, was dient im Glauben? Was fördert mein Vertrauen zu Gott? Was führt mich mehr zu Gott? Eine solche Massnahme, die eigentlich sehr direkt die Leute näher zu Gott führt, wenn man das so sagen darf oder will, und die eben auch sehr im Geist ist von der heutigen Zeit oder auch mit den ganzen Entwicklungen von den letzten Jahren zu tun hat, ist der Livestream. Ihr habt nämlich beschlossen, im letzten Jahr, dass ihr möchtet, verschiedene gottesdiensten Messen per Livestream den Leuten zugänglich zu machen. Wie kam es zu dieser Überzeugung oder zu diesem Entschluss? Das ist mir nicht bekannt, dass man das schon gross gemacht hat. Häufig ist das so etwas, hat das hinten verschlossen, also nicht hinten verschlossen, aber in der Kirche halt stattgefunden und dann ist das plötzlich wie für alle zugänglich in der Öffentlichkeit. Also der erste Lockdown war ja vor mehr als einem Jahr. Ich glaube Mitte Februar oder März 2020. Und dann haben es sehr viele Priester in den Pfarreien und auch Beistümer sofort Livestream angeboten. Und ich war da wirklich sehr zurückhaltend. Ich muss sagen, vielleicht auch ein bisschen altmodisch und vielleicht auch ein bisschen ängstlich, das weiss ich nicht. Ich fand ja, es ist ein bisschen komisch, wenn ich alleine eine Mess zelebriere, wo eigentlich ein Gemeinschaftsereignis ist und mich hier hier filmen lassen. Das ist ein bisschen komisch. Und wir haben gesagt, das letzte Jahr, wir feiern das in der 5. Höhe, das hat wir in den Kathedralen und wir alle Leute mitnehmen, im Gebet und in Gedanken usw. Und an gewissen Orten haben sie aber immer Überträgungen gemacht. Und die sind dann kritisiert worden als gut und nicht gut und professionell und nicht professionell, das können sie sich vorstellen. Und da gibt es verschiedene Qualitäten, das ist klar, das ist ganz normal. Jetzt haben wir gesagt, auf Weihnachten, im Apfent und Weihnachten, gut, wir machen das jetzt als Bistum. Wir gehen aber in eine spezielle Kirche, nicht in den Kathedralen, wie alle Bischöfe Schüsst auf der Welt, sondern wir gehen zu den Scalabrini-Missionärinnen und die ganze Apfent und Weihnachtszeit bis die Haufe Jesu nehmen wir das Livestream auf. Und dann können die Leute schauen oder können sie nachher auch nachschauen. Und das war ein grosser Auffang, das muss ich sagen. Aber es hat sich gelohnt. Ich glaube, wir haben etwas gelernt. Das Wichtige ist auch, dass wir nicht nur 5 Leute waren. Das ist einfach wenig. Es sind wenigstens 15 oder 20, einfach nach den Vorschriften. Und immer andere. Es sind immer andere gekommen. Und ich muss sagen, das ist etwas Gutes, aber ich finde es gleich besser, wirklich live. Nicht live streamen, sondern live miterlebt. Also da, dass die Leute wirklich auch im Fleisch und Blut da sind. Jetzt ist doch noch etwas anders. Klar, das glaube ich sofort. Das kennen wir auch alle selber aus unserem Privatleben. Der Unterschied. Trotzdem, es hätte auch die Möglichkeit gegeben, und das sieht man am Beispiel von diesem Ausschnitt sehr gut, etwas zu zeigen, das man sonst wahrscheinlich nie sehen würde. Und zwar haben wir hier eine Übertragung der sogenannten Krisammes. Vielleicht könnte ich kurz kommentieren oder erklären, um was geht es dort. Was ist das? Das ist eine interessante Sache, weil am Bildschirm sieht man es eigentlich fast besser als live. Das ist auch überall so. Auch im Skirennen sieht man am Bildschirm, man sieht das Ganze und man sieht es besser. Die Krisammes wird immer vor Ostern gefeiert und da werden die Öle geweiht, die man für die Sakramentenspendung braucht. Also das Krisammesöl ist das wichtigste, weil das wird bei der Taufe. In den Leuten kommt es ein Zeichen über mit dem Krisammesöl. Und die Öle werden einmal im Jahr vom Bischof geweiht, für die Krankheiten, und eben das Krisammesöl. Und das Krisammesöl heisst so, das heisst Salben, das griechische Wort, weil wir Christos von hier kommt. Wir sind Christen, wir sind alle gesalbt mit diesem Öl. Normalerweise ist das an einem Wächtig, da können viele Leute nicht kommen, und jetzt haben wir es einmal aufgenommen. Aus der Kirche Lutherbach, das war wirklich sehr schön. Und wie ihr gesagt habt, man hat natürlich den Vorteil bei der Aufnahme, dass man diesen Zoom hat, man sieht ganz nahe, wie die das machen. Ja, was man vorhin sah, habe ich Balsam reingetan, das ist ja Olivenöl, und das wird dann gewürzt, und das Balsam macht auch, dass es nicht ranzig wird. Und es schmeckt gut. Und es schmeckt gut. Genau. Genau. Und dann habe ich ihn reingeblasen, das ist symbolisch, dass der Heilige Geist reinkommt. Wind. Wind. Atem. Da ruft man den Heilige Geist ein. Und das sieht man sonst nicht. Genau. Und dann im Jahr werden auch noch Wort gesprochen von euch, oder? Genau. Da gibt es rundum, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, es ist eine normale Messe. Also, es werden Texte vorgelesen von der Heiligen Schrift, und es gibt eine Predigt, und es gibt eine Eucharistie. Das ist klar. Ja, jetzt haben wir schon ganz lange geredet, wir könnten noch sehr viel mehr reden. Es gibt so viele Themen und auch so viele Fragen, die interessant wären und sind. Vielleicht gleich zu einem runden Abschluss kommen. Natürlich, die sind jetzt Bischof, das ist auch mehr oder weniger, ja, das ist man nicht einfach zu gewissen Zeiten, von neun bis fünf, sondern ein Bischof ist man eigentlich immer, der rundum durch. Und trotzdem, hätte er auch noch so etwas wie ein Privatleben, als Felix Gemür. Also ein Bischof, das stimmt, ist eigentlich wie ein Pfarrer, er ist eine öffentliche Person. Und das ist manchmal einfacher und manchmal weniger einfach. Ich muss sagen, in der Schweiz ist das schön, weil manchmal trinkt es mich im Zug, ja, vielleicht wissen sie, wer das ist, aber sie lassen einen in Ruhe. Und es gibt gewisse Sachen, die jeder und jede gerne macht, also Hobbys zum Beispiel. Ich gehe zum Beispiel gerne an die Fasnacht, aber das ist ja nur ein Jahr. Einmal im Jahr, und dieses Jahr konnte ich nicht gehen. Das letzte Jahr ging das noch. Das war super. Ich gehe gerne Velo fahren und gerne Ski fahren. Und das war dieses Jahr gut, weil wir durften. Und ich muss sagen, ich bin da sehr dankbar, weil ich habe noch viele Freunde in den umliegenden Ländern. In Österreich konnte es nicht. In Italien ist alles zu. In Deutschland ist alles zu. In Frankreich ist alles zu. Und da muss ich sagen, sind wir trotz der Pandemie, die mühsam ist, aber einigermassen haben wir noch einen Weg gefunden. Der Schweizer Weg, so häufig, oder? Genau. Dass man irgendwie Kompromisse macht und sich da durchschlängelt. Ja. Ja. Merci vielmals. Bischof Felix Gemür, seid ihr da gewesen. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute natürlich. Und ja, noch einen ganz langen, erfolgreichen, glücklichen Weg. Und natürlich auch, dass ihr schon gleich wieder mit voller Kirche live Gottesdienste und Messe durchführen. Danke vielmals. Gerne. Ihnen einen guten Tag. Merci vielmals. Danke vielmals euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Interesse. Wenn ihr mögt, dann bis zum nächsten Mal. Sonst bleibt gesund und habt's gut. Ade miteinander. bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und. Tschüss. Tschüss. tonnes chines Tänke.